Jetzt geht's los. Unsere Jungs haben den Ball spielen, aus meiner Sicht, von links nach rechts. Ein Wurf für unseren BVB. Pistou, Oba, jetzt Dembele, pass in die Linie, nach vorne. Und jetzt kommt er, Tor, 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 jetzt Marco Reis, 19. Tor, 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 wir führen! Langer Ball, noch mal Lewandowski, Lewandowski vor Bürki und er hält. Und jetzt noch mal die Bayern-Missverständnis, der Schwarz-Gelbe nimmt Strafraum, Tor ist leer und Robben an den Innenpfosten. Scheiß, Junge, Junge, Junge. So, jetzt, das ist das Zeichen. Kommt, Jungs! Pass in die Mitte, Ousmane Dembele, pass in die Mitte, Tor! Tor, 69. Tor! Ich weiß nicht, wievielten Mal in dieser Saison legt Ousmane Dembele einen Treffer auf für Pierre-Emerick, Aubameyang und Borussia Dortmund. Ist wieder voll drin in diesem Halbfinale. Dembele, Dembele schießt, nicht noch von Haken, schießt ihn rein! Er schießt ihn rein, Borussia Dortmund. Ja! 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 Wieviel, Ousmane Dembele, Abbasen und er vertrauen Bien latestrin in diesem Spiel und im FWP. Und wieder in Berlin! Untertitelung des ZDF, 2020